Das Leben ist manchmal richtig beschissen und es fühlt sich so an, als würden wir vor den Trümmern unseres Lebens stehen. Hier ist der Ort, wo wir loslassen können und alles hinbringen können. Loslassen und hinbringen bedeutet in diesem Fall, dass wir einen Gottesdienst feiern, in dem wir diese negativen Erfahrungen, die unser Leben momentan oder auch schon in der Vergangenheit negativ beeinflusst haben, vor Gott bringen können. In der Hoffnung und in dem Vertrauen darauf, dass Gott diese negativen Erfahrungen verwandeln kann und uns einen Neuanfang zutraut. Bleibt nicht auf Scherben stehen. Donnerstag, 13.02.1830 in Überheim, Wohnstadt St. Monika. Herzliche Einladung. Alle kommen. Herzlichen Einladung. Untertitelung des ZDF, 2020